Bei zu viel Zug auf deinem Schmuckstück kann sich der Verschluss versehentlich lösen. Wir zeigen dir, wie du ihn mit kleinem Aufwand reparieren kannst. Du benötigst dafür lediglich zwei Zangen und gegebenenfalls einen neuen Verschluss, welchen du in unserem Shop findest. Biegt die Öse zunächst in die richtige Form und dann ziehst du sie ein Stück seitlich auseinander. Fähle die Öse wieder ins Schmuckstück ein, hänge den Verschluss ein und drücke die Öse zu, indem du beide Enden zusammendrückst. Jetzt sollte dein Schmuckstück wieder in Form sein. Das gleiche Prinzip kann auch bei anderen Schmuckstücken angewendet werden, wie beispielsweise bei Anhängern mit einer nicht verschweißten Öse. Ganz einfach repariert, so hast du länger Freude an deinen liebsten Schmuckstücken.